Hallo ihr Lieben, heute mal ein kurzes Video von mir und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich mich beim Essen vorbereiten organisiere. Ich bekomme mal oft die Nachfrage, wie machst du das, du kochst immer so viel, woher nimmst du die Zeit? Also ich arbeite nicht, ich bin ja noch zu Hause in Elternzeit, der Kleine ist ja erst 1,5, bis zu 30 bin ich jetzt mal zu Hause. Und das hilft mir schon mal, denke ich mal, auf jeden Fall viel mehr als Frauen, die jetzt arbeiten müssen. Aber trotzdem kann ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr euch organisieren könnt, um gesund zu kochen und ja, um es einfach zeitlich immer zu schaffen. Ich mache das meistens so, dass ich sonntags schon mal sehr viel vorbereite. Wir gehen ja meistens samstags einkaufen, gerade dann, wenn halt viel Stress ist. Und sonntags bereite ich das Gemüse vor, ich schneide das schon mal vor, also ich schäle es nicht, aber ich schneide das vor, beispielsweise jetzt bei den Karotten die Enten, wenn ich jetzt ein Brokkoli habe, dann tue ich den schon mal in Röschen verteilen. Dann tue ich das in Glasbehälter rein, mit so einer lüftdichten, so einem Deckel, ja, und dann ab in den Kühlschrank. Dann habe ich schon mal das Gemüse einigermaßen vorbereitet. Wenn ich dann unter der Woche koche, habe ich nicht so viel Stress, dann ist es schon mal ein bisschen vorbereitet. Dieser Schritt hilft mir ungemein. Dann tue ich Knoblauch vorschälen. Das mache ich alles am Sonntag, ja, ich mache dann so ein, keine Ahnung, wenn ich weiß, ich weiß ja immer ungefähr, was ich so die Woche über koche. Dann tue ich 10, Knoblauch 10 schälen. Und das hilft mir ungemein unter der Woche, wenn ich im Stress bin, Baby, also der ist kein Baby mehr in 1,5, aber der schreit halt auch manchmal wieder auf meinen Arm. Dann muss ich nicht extra noch das schälen, ja, die Zwiebel schäle ich auch schon mal vor. Aber nicht für die ganze Woche, weil sonst werden die halt dann schon so ein bisschen, die trocknen irgendwann ein. Vom Montag, Dienstag, das mache ich dann schon mal am Sonntag vorschneiden. Knoblauch für die gesamte Woche. Smoothie. Smoothie-Zutaten tue ich auch schon mal einfrieren, aber das mache ich jetzt nicht sonntags, das mache ich immer dann, wenn ich gerade Zeit habe. Dann nehme ich halt Petersilie, das Grünzeug, was ich habe, Banane, tue das alles in so einen Tupper, ähm, Tupper, nein, in so einen Gefrierbeutel rein und ab in den Kühlfach. Dann, wenn ich morgens Stress habe, mache ich es auf, einfach rein in den Mixer mit Wasser, mit was ich noch dazu haben möchte. Dann ist die Banane schon geschält, das Gemüse ist schon gewaschen und klein geschnitten und einfach rein in den Mixer. Hilft mir auch sehr. Was mache ich noch? Genau, dann, wenn ich zum Beispiel weiß, was ich jetzt am Montag koche, dann schneide ich das Gemüse schon mal klein, schäle es, mariniere es, mache es in so eine Glasbox rein, ab in den Kühlschrank. Montags, wenn ich jetzt weiß, ich habe am Montag Stress, weil ich ein paar Termine habe mit den Kindern, ja, Kindergarten, Arzt, was auch immer, dann komme ich abends heim, ich muss dann nicht mehr viel machen, das Gemüse ist schon vorgeschnitten. Das kann ich über Dampf kochen lassen und in einem anderen Topf habe ich dann den Reis, da musst du ja auch nichts machen, einfach nur den Reis rein mit dem Wasser, dann kocht es und dafür habe ich vielleicht 5 Minuten gebraucht. Ich zeige euch mal das Gericht, das ist dann Gemüse mit Reis und dafür habe ich 5 Minuten gebraucht, aber weil ich die Vorarbeit schon geleistet habe. Okay, du kannst dich organisieren, hört sich jetzt vielleicht so an, oh mein Gott, da muss ich den ganzen Sonntag da rumschnippeln, aber es nimmt wirklich nicht viel Zeit, es macht Spaß, macht dir die Musik an, die Kinder sollen mit dir in die Küche, wenn du Kinder hast. Die können dir helfen, die können dir dabei zuschauen, weil meistens ist es ja sehr stressig, wenn man kleine Kinder hat, weil die halt spielen wollen, weil die raus wollen und du musst aber noch in die Küche, du hast noch die Wäsche. Ich beziehe die oft mit ein, die Kinder, ja, ich erzähle ihnen Geschichten über die Karotte, wächst die an den Bäumen in Madagaskar oder kommt die aus der Erde in Deutschland. Solche Geschichten helfen den Kindern mitzumachen, Spaß zu haben, dann ist es im Nu alles zubereitet, alles schon mal vorbereitet und im Kühlschrank. Die Glasboxen habe ich bei mir aus dem Einkaufszentrum im Ort, ich kann nochmal suchen, ob ich es finde im Internet. Ansonsten tue ich euch das unten verlinken, wenn ich die finde, ich finde die perfekt, es hat kein Plastik, der Deckel ist zwar Plastik, aber es ist ja alles im Glasbehälter unten drin. So, ja, das waren jetzt so meine Tipps, falls mir irgendwas einfällt, mache ich halt nochmal ein neues Video, weil ich sehr oft Sachen vergesse, aber ich denke, das war so das Wichtigste, auf was ich achte. Ja, also eine Liste halt immer machen, ja, was ihr so gerne isst. Überleg dir, was deine Kinder gerne essen, was du so gerne isst und mach dir so eine Liste, schreib sie einfach auf. Zum Beispiel Nudeln mit Tomatensoße, Reis mit, keine Ahnung was, Spinat, Kartoffeln, Ei, ja, es muss ja nicht vegan sein. Also es geht ja darum, einfach Tipps zu haben, wie kann ich schnell das Essen vorbereiten, damit es kein Fastfood gibt, damit es kein Fertigessen gibt. Ja, wenn du dir darüber Gedanken machst und dich vorbereitest, dann geht das alles schnell. Natürlich dauert es auch bei mir manchmal lang, gerade wenn ich Gäste habe und verschiedene Sachen mache, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, im Alltag schnell das Essen auf dem Tisch zu haben. Wenn du weißt, was du kochst und es schon mal vorher vorbereitest und morgens schon mal aufstehst und im Hinterkopf hast, was du an dem Tag zu machen hast, dann geht das alles total ratzfatz. Und dann hast du eine schöne, saubere Wohnung, glückliche, satt gegessene Kinder und Ehemann und du hast weniger Stress. Ich hoffe, die Tipps haben dir was gebracht. Du kannst mir in den Kommentaren nochmal schreiben, wie du das machst mit dem Organisieren oder wenn du Fragen hast, stell sie mir unten. Falls ihr weitere Video-Wünsche habt, schreibt sie mir auch. Ja, dann wünsche ich dir alles Liebe und bis bald. Tschüss!